Ah, dann geht's bergab, okay. Boah, ich glaube, die ist okay. Puh, die ist aber schwierig. Ja. Scheißdreck. Ja. 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 Ja, vielleicht bin ich mit jemand gefahren. Ne, ich finde die gut. Ja. Ja. Alter, ne, das mit dem Dach und so, das ist alles voll scheiße. Und dann die erste richtige Linkskur, die ist auch kacke, weil dann geht's da beim Rausbestellungen bergauf. Und wenn du jetzt so weit innen bist, dann hebst du in die Luft an, verlierst Zeit und kannst auflegen. Ne, die ist mega scheiße. Komm, fick dich. Ne, die ist gut. Ne, die ist doch, also da finde ich die eben deutlich besser. Ne, 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 ne. Ich habe aber noch nicht einen Try gehabt, das war noch dazu. Also eine Run nun mal. Ja. Ja, jetzt habe ich einen 16er. Toll. Ne, 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 ne. Ach, 18er. Zehnter auf einmal, ok. Äh, ja. Sieben Zehntel hinterm ersten. Ist übrigens bisher jedes Mal derselbe gewesen. Ok. Shit. Ja, aber das war noch schneller, alter, irgendwann war das knapp. Ich dachte schon vor dem letzten, oder kurz nach dem letzten Sektor, dass das langsamer ist und wollte schon auf Restart drücken und dann bin ich trotzdem noch ins Ziel gefahren, weil ich zu spät gedrückt habe und auf einmal war das ein Zehntel schneller. Ok. Ich dachte, das wäre langsamer. Ich bin voll scheiße durch die letzte Kurve gekommen gefühlt. Ja. Ja. am ende wird er ja das hat gerade zwei zehntel gekostet hä? Moment, das ist doch jetzt auch wieder langsamer ok meine perfekte zeit müsste drei zehntel schneller als die jetzt gerade sein ne 15 0 ist theoretisch möglich, dann wäre ich fünfter aber die 1 in den perfekten sektoren so einen aneinander zu kriegen das funktioniert halt nicht ja fuck warum war das jetzt am ende so viel langsamer? ich komm halt nicht schnell ja, fick dich ach scheiße was ist das denn ein wichse? das ist das